hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen beitrag gartenrundgang im januar mittlerweile mitte januar und ja ich habe mir einfach mal vorgenommen mit euch gemeinsam zu gucken was ist denn noch an essbaren im garten was kann noch geerntet werden und was von dem bringen war wie auf den tisch doch was macht ihr denn jetzt um diese zeit noch im garten bzw was könnt ihr noch im garten ernten würde mich auch interessieren bitte gibt doch mal ein feedback ich möchte einfach mal zeigen wie weit ich bin also ich habe verschiedene beete schon mal mist ausgebracht und wir haben noch lange zeit bis wir draußen pflanzen können insofern hat der mist auch noch reichlich zeit zu vergehen und ja hier ist meine kartoffel miete und die möchte ich heute auch mal leer machen weil ich brauche den platz also kartoffeln bietet der garten auf jeden fall noch das haben wir ja schon jetzt gesehen hat hier eben gezeigt ja da muss man ein bisschen damit ich allzu viel der hände schrubben muss gehe ich jetzt mal ja mit handschuhen bin ja nicht so der handschuh das sieht man auch schon mal an der finger aber da hat man mehr gefühl als mit zum überzieher also keine falschen gedanken dann holen wir die jetzt mal raus hier das ist ja einiges das ist noch ziemlich viel was da drin liegt so die kiste ist leer und das ergebnis könnt ihr hier sehen also das ist doch ganz schön viel da sind so schätzungsweise acht neun kilo und das ist wunderbar da kommen und beide mit hin wo ich jetzt hin packe das war ich noch nicht da muss man gleich gedanken machen so und das haben wir auch noch rote beete wunderbar jetzt können wir auch noch verarbeiten das ist nicht mehr viel so eine rote und ein paar gelbe so dann gehen wir mal nebenan jetzt fängt er noch an zu regnen aber das ist nicht schlimm ja mit dem salbei da habe ich jetzt keine idee das ist nicht essbar dann schauen wir mal hier rein ja pedersilie pedersilie den muss auch verarbeitet werden noch da ist noch reichlich da eben auch auf der anderen seite noch ein bisschen so und da haben wir noch ja da haben wir noch passt die nacken so ist auch nicht mehr viel ist sie noch ein paar kleine hier drin aber die sehen sehr gut aus ja kräuter haben wir sowieso durch das war mal bislang überhaupt noch keinen richtigen winter hatten der rosmarin der blüht nach wie vor wunderbar so haben wir thymian haben einen französischen thymian und hier haben wir italienischen oregano thymian so kaskaden thymian das ist kümmel thymian zitronen thymian und thymian fleur de provence und das ist wer kennt wer kennt das kraut hier ich verrate es euch für die dies nicht kennen trip madame so estragon ja gut das ist klar aber was schon wunderbar da ist die sternblume ist eine der frühesten kräuter wer kennt sie die sternblume blüten die stängel essbar ganz leicht ganz leicht schmeckt das nach knoblauch habe ich auch schon soweit vorbereitet mist eingebracht oder drauf gebracht einarbeiten tun wir später und auf der anderen seite bin ich auch dabei gut dass ich ein mist lieferant habe der immer so fleißig oder die immer so fleißig mir mist bringt hier haben wir noch ein paar kürbisse so also diese sind das sind die golden pumpkin natürlich essbar ich mache keine zierkürbisse damit kann ich anfangen so aber die sind so hart inzwischen dass ich sie nur noch nehmen kann als suppentasse dann zu guter letzt haben wir natürlich noch rapunzel 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 lass dein haar und da ist es doch so einer der leckersten salate für mich auf jeden fall überhaupt ja und mich würde interessieren was habt ihr noch im garten stehen also was essbares was könnt ihr noch auf den tisch zaubern würde mich interessieren bitte gebt mir mal feedback ok bis dahin